Also überrascht hat mich gestern in La Fagueda, dass die professionell sozusagen in die Landschaft Katalonien gehen, also in die Märkte und so weiter. Die Arbeitsweise mit den Mitarbeitern dort ist ähnlich wie in Deutschland, denke ich. Aber eben, dass die wirklich so einen großen Marktanteil an Joghurt und so weiter haben. Zugang zum grillären Markt. Ja, ja. Und jetzt hier. Und hier ist interessant, aber sehr viel. Es ist sehr viel an Informationen, aber eigentlich auch wie in Deutschland, so die Herangehensweise an die Klienten. So, Heike says, yesterday's visit in La Fagueda, it was very impressive. So, the work of the professionals with the users, the clients are similar to Germany, but she was surprised that the products, that you can buy it in regular supermarkets, because this is not normal in Germany, because it's forbidden to have a competition with normal companies. So, social business is more for ecological farming, for self-service and so on, so this was a price for her. And regarding here, it's a lot of information, a lot of impressions, but also discussing the case studies and the clients are similar to Germany, how we work in Germany.